In den letzten Jahren haben sich in der Kieferorthopadie viele innovative Behandlungsmethoden entwickelt, um Patienten ein geraderes und scharnäres Latschellen zu ärmerglichen. Dank dieser Fortschritte kann in Menschen heute einfacher und effektiver ihre Zahnfehlstellungen korrigieren lassen. Eine der neuesten Innovationen in der Kieferorthopadie ist die Verwendung von transparenten Alignan, wie zum Beispiel Invisaligen. Diese transparenten Schienen sind eine diskrete Alternative zu herkammlichen Zahnspangen und bieten eine Vielzahl von Vorteilen. Zum einen sind sie nahezu unsichtbar, was sie besonders FA1 Viertel R Erwachsene attraktiv macht, die nicht mit der sichtbaren Spange in ihrem Alltag umgehen matchten. Zum anderen sind sie herausnehmbar, was bedeutet, dass Patienten ihre Zahnähe normal putzen und essen kann, ohne Einschrankungen durch die Spange. Eine weitere innovative Behandlungsmethode in der Kieferorthopadie ist die digitale Planung und 3D-Drucktechnologie. Durch die Verwendung von digitalen Scans und Planungen kann in Kieferorthopadien genauere und effizientere Behandlungsplane erstellen. Mit Hilfe von 3D-Druckern kann in individuell angepasste Aligner und Zahnspangen hergestellt werden, die eine perfekte Passform und optimale Korrektur der Zahnstellung gewahr leisten. Ein weiterer Fortschritt in der Kieferorthopadie ist die Verwendung von Minimplantaten zur Verankerung von Zahnspangen. Diese kleinen Implantate werden direkt im Kieferknochen verankert und dienen als stabilere Basis FA-1viertel-R die Zahnspangen. Dadurch kann in Zahni schneller und effektiver bewegt werden, was die Behandlungsdauer bei K1viertel-RZT und das Ergebnis verbessert. Da RA-1viertel BER hinaus haben sich auch die Materialien und Technologien FA-1viertel-R traditionelle Zahnspangen weiterentwickelt. Moderne Brackets sind kleiner und unauffalliger als FA-1viertel-Hier-Modelle und ärmer glichen eine komfortablere und effektivere Behandlung. Auch die Drahtmaterialien wurden optimiert, um sanftere und schonendere Kräfte auf die Zahni auszueinviertelbennen. Insgesamt bieten die Innovationen in der Kieferorthopadie eine Vielzahl von Vorteilen FA-1viertel-R-Patienten, die ihre Zahnfehlstellungen korrigieren lassen. Die modernen Behandlungsmethoden sind effektiver, komfortabler und asthetischer als je zuvor und ärmer glichen ein schnelleres und präziseres Ergebnis. Wenn Sie also von einem geraderen Latschellen traumen, sollten Sie die innovativen Behandlungsmethoden in der Kieferorthopadie in Betracht ziehen und sich von einem Fachmann beraten lassen. Mit den neuesten Technologien und Materialien kann Ihnen Sie schon bald ein strahlendes und selbstbewusstes Latschellen zeigen.